Mist! So, ähm, WTF. So, äh, runter. Dann, so. Und ich glaube, ich kriege gleich Probleme. Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha. Ich hab zu weit gegraben. Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, scheiße. Shit. Dreck. Mistiger Mist. Äh. So. Also, das war ja schon mal nichts. Ich hab zu weit gegraben einfach. So. Ich hatte auch noch eine vollen Art. Erstmal Erde hin. Äh, ich hatte nämlich eine alte Lava-Falle. Warte. Muss ich überlegen, wie die funktioniert hat. Ich glaube, ich setze gleich nochmal einen Boden rein. Das ist mir ein bisschen tief hier. So, äh. Jo, jo, ähm, 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 ähm. So. Äh, okay, ähm, so. Das Wasser soll sie hier... Okay, wenn... Ja, okay, hier kommen sie nicht mal hoch. Hier hin treiben. Nach... Da in die Richtung. So. Warte. Genau. Die sollen runterfallen ins Wasser. Aber dann soll... Muss ich den hier mindestens noch ein Tiefer setzen. Wegen Strömung. Ich brauch mal... Einmal Wasser. So. Holen wir uns mal den Einmal Wasser. Aus unserer Schundkiste. Hallo, Schundkiste. Ping, ping, so. Da wohl auch noch was der Kohle drinne. Nein, nein, stimmt, hier war keine. Nein, bin ich blöd. So, Wasser. Hm, da. So, ich muss mal gucken, wie das funktioniert. Wie das funktioniert. So, 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 so. Äh, blöde Treppe, ähm, so. Da rein und hier. Okay, sagen wir mal einfach mal. Die sind so doof und fallen einfach hier runter. Und dann ist... Da das Wasser. Wasser fließt ja sieben Felder weit. Oh, das treibt alles dahin. Das treibt alles hier in diese Ecke. Wenn ich den einen tiefer setze. Äh, cool. Äh, Wasser. So. Äh. Oh, jetzt ist mein Crafting Table nass. Scheiße. Mist. Dreck. Äh. So. Ja, warte mal. Ich mach jetzt noch mein Karate-Kett. Äh, 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 du weh. Ah, Mist. Ah, scheiße. Äh, Mist. Dreck. Äh. Au, 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 au. Jetzt hab ich nur einen Fingernagel abgebrochen. Mist. Äh. Oh, guck doch hier. Die arme Prinzessin an. Jetzt hat sie sich einen Fingernagel abgebrochen. Und das nur wegen mir. Ah, bin ich böse. Tö, hehehehe. So, es wird an. Jetzt nochmal. Probieren wir es nochmal. So. Ja, shit. So, Dreck. Ähm, so. Und alles würde mich Dreck hier hinschieben. Was ist, wenn ich dich da wegnehme? Wo ist meine Erde? Zunächst beruhig. Noch ein Eimer und nochmal Wasser. Ich brauche eh mehr. So. Wasser. 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 An Wasser komme ich ja einfach. Wir haben hier Eisen. Eins, zwei, drei. Mehr brauche ich ja nicht. So. Eins, zwei, drei. Und ein Eimer. Und ein Pocket. Und so wird. Und so. Und so. Und so. Wird dunkel? Nee, 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 nee. Nicht mit mir. Dann kann ich mir dann am besten einen unendlichen Brunnen machen. Ah. Ah, sieht doch schon gut aus hier. Hopp, 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 hopp. Ah, ah, ah. So. Was mir hier auffällt ist... Ganz schön dunkel. Wir haben ja Fackeln, genau. Am besten einen über die Tür. Dann machen wir noch eine hier hin. Eine da hin. Nicht runter. Und eine da hin. Und hier sind ja genug. Mist. So. Pflanze ich gleich wieder an. Jetzt gehe ich erst mal pennen, würde ich mal sagen. Hm. Nichts Gefährliches bis jetzt. Nom 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 nom. Eine Kitty on my bed. Oh, jüß. Spie, spie, spie. Aua, leck. So. Wenn es jetzt hier irgendwo Tote gibt, dann haue ich eine rein. So läuft da unten jetzt irgendwas Böses rum. Sollte hier erstmal eine Fackel hinsetzen, oder? So. So. Jetzt muss ich hier... Jetzt habe ich hier in die Ecke so ein unendliches Wasserloch. Ja, stimmt. Äh. 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 So. So. Und... So. Und jetzt kann ich ihn mal aus der Mitte nehmen. Ach gut, kein Schaden. Äh. So. Jetzt leckt mein Schiff schon wieder so doll. Äh. Da eins. Und da eins. Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt... Hier wegnehme. Äh. Äh. Ja, hier reicht es. So. Äh. Ach, kacke. Jetzt sind es drei. So. Und so. Äh. So. Okay. Wie wir sehen, funktioniert das nicht. Äh. Ja, ich muss auch jede Spitzsack anfangen. Ich gucke auch nicht, welche ich schon benutze soll. Nein. Das wäre ja... Hier ist mal aufwendig. Und das ist jetzt kacke. Okay. Ich würde mal sagen, da und da machen wir zu. Und da und da auch. Und von hier aus würde ich mal sagen... kann das Zeug nicht nach da schwimmen, weil ich sonst mich blockiere. so. So. Nochmal. Machen wir es mal zu. Dann muss es nach... Zwei. Das sehe ich doch jetzt schon, dass es nicht funktioniert. Ich brauche mal hier ein bisschen Licht. Also, das nervt gerade. Schon dunkel. Eins, zwei... Aber ich muss zur Seite. Zunächst. Ich habe die Fackel abgeschlagen. Hä? Ach so, hier geht es weiter höher. So. So, warte mal. Wie weit muss ich graben? Den und noch einen. Oder... Da unten ist ja mein Bett. Die kann ich auch nicht fallen lassen oder so. Aber muss ich die unbedingt in die Richtung hier machen? Das ist eigentlich auch... Relativ egal. Obwohl mir wird hier auch noch was einfallen mit. So einen kleinen Zuschauerraum hier, wie hier sterben. Das sieht kacke aus denn so. Das mache ich so. Dann kann ich hier zum Beispiel noch lang. Hier sitzt eine Fackel und eine Truhe da drunter. Und dann kann ich... hier wegmachen. Und dann setze ich... Glas, Glas. Glas. Da kommt dann auch noch Glas hin. Und das war da. Ach ja. Da kann man hier einfach mal noch schnell mal hingehen und gucken, wie die alle sterben. Ich will mal sagen, ich mache das in die Richtung denn. So. Äh. Oder in die. Das wäre auch blöd. Obwohl, dann fällt die runter und dann... Genau, dann mache ich das lieber die. Kannst du? Ähm. Okay. 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 Mist. Okay. Ähm. Ich. Warte mal. Die... Wenn ich da in einmal Wasser hinkehre, wohin fließe ich denn? In die Ecke. Und wenn ich jetzt da und da was hin kippe, ist jetzt natürlich nach hier. Okay. Ich schaue sie nach hier. Okay. Ähm. Ja. Okay. Das war... Jetzt super schlau. Ähm. 1, 2, 3. Äh. Ich denke, ich habe jetzt die Quellen eliminiert. Gott. Nein. Nein. Wasser. Wasser. Die letzte Wasser muss ich mir holen. Das letzte Wasser. Tut mir leid, aber... Ihr wisst doch. Du Deutsch. Nichts gut. Nichts gut. Nichts gut. Bei mir. Ey. Nichts. Nichts. Nichts gut. So. Aber ich würde mal sagen... Unsere coole Monster... Sonst der Falle... Hier unten hier noch ein Tibern muss. Glaube ich jedenfalls. Ja. Weil dann kommen die so... Öh. Und dann hier so eine Wand. Und dann... Nee. Nur da. Das... W-w-w-w-w-w-w-wtf. Da kommt die Lava hin. Dann drunter muss aber den Leiter mit dem nicht durchfließen. Ist das so? Und dann... Wie gesagt, Leute, ich würde mal sagen, wir bauen nächstes Mal weiter. Aber jetzt überlege ich noch mal kurz. Ich habe da noch ein paar Minuten. So, hier. Warte. Die fallen rein. Das Wasser fließt so. Mist. Oh, doch, ich habe noch eine Idee. Das Wasser fließt so, die verbrennen und das Zeug. Mann. Hier müssen die Leute hin, sonst... Ach, scheiß Dreck. Dort. So ein Dörr ist das. Ah, so witzig, ich werde gleich wieder aggressiv. Ich glaube, mit der Monsterfalle, das lasse ich erst mal. Warte mal, Leute. Ich muss mal kurz gucken, wie lange ich noch habe. Okay, ich muss jetzt Schluss machen. Muss. Aber vorher reiße ich jetzt noch... Zumindest mit der Erde raus. Hängt da eine Fackel an und... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und so. Und von unserem wunderschönen Balkon mit einer... Aussicht auf unseren wunderschönen Wald, verabschiede ich mich und sage erst mal... Bis zum nächsten Mal, Leute. Hings. Haha. Ich bin immer noch da. Höhöhöhöhöhöh. Reingelegt. Hm, jetzt aber. Wald? Ja. Ist ein bisschen komisch aus. Den Sand muss ich da noch bearbeiten. Das sieht blöd aus mit dem Viereckigen. Okay, jetzt aber. So, Leute. Tschüss und... Schaf. Genau. Tschüss und Schaf. Und nicht so viel Schaden. Haha.